ARD Text im Auftrag von Funk Noch, noch, noch! Noch ist nicht safe, Felix, aus dem Winkel! Ich dachte, er eimt noch! Der ist Katast, Mann! Du musst halt anders stehen! Neee! Er ist weg, er ist weg! Banan hat einer 10 AP! Mann! Wirft weg! Was?! Fällst doch nicht alle rein, ihr verdammte Shits! 10 AP, Alter! Ohrenschmerzen, das ist alles so laut hier! Jetzt nicht mehr repeaten! Vera, bleib weg! Bleib weg! Bleib! Ich, so, ich spiel nicht mehr! Ich hol mir jetzt einen Bann ab! Reicht doch nicht! Der hat keine Zeit! Der lief doch einfach! Vera, wenn du das wegwirfst, ich schlafe nächste Woche nicht mehr bei dir! Zeit! 12 AP! Alleiner Chicken! Der 12 AP, Felix! Androhe! Ich pushe jetzt einfach mal hier rechts so, weil ich glaube, da bin ich safe! Tja! Ich krieg wieder Shots, äh, VSS glaub ich wieder! Ich weiß aber nicht von wo! Ich hör hier gar nix, Emi! Ja, es ist VSS, die mich beschießt, aber ich kann überhaupt nicht sagen von wo! Das fuckt mich irgendwie richtig ab! So die gehäusern vielleicht? Ja, aber VSS schießt doch ultra schnell, treffen die mich nicht? Ja! Nee, die shit! Oh jetzt! Au! 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 Ich glaub, ey, guck mal wie viel Damage ich bekommen habe, dass du durch keine VSS! Doch! Ich müsste schon durch die VSS! Weil so viel Damage... Hast du genug zum Kippen? Ich kann dir auch noch was legen! Ja, ich hab genug! Ich hab genug! Pass auf! Äh, der ist hier irgendwo... Oh ja, 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 ja! Ich kann halt überhaupt nicht sagen wo! Mann, ich hab einfach nur meine Arschbacken die ganze Zeit zusammen! Weil wo schießt die denn? Mann, der hockt ja irgendwo im Busch oder so! Keine Ahnung! Ich glaub auch, das ist ne VSS! Aber hat der nen Schally? Kann man nen Schally auf ne VSS machen? Mann, hat er irgendwie auf ne VSS machen! Doppelschally! Nee, erstmal ohne Scheißkammer... Ah ne, die hat ja schon nen Schally, die VSS! Nee, die hat ja schon nen Schally, ja! Ich fang langsam an zu glauben, dass du das warst! Ich hab keine VSS, so shit! Nee, aber ne! Crossbow! Ja, aber du hast auch... Ja, dann hättest du nen Pfeil im Arsch stecken! Ja, der... Dann hättest du nen Pfeil im Arsch stecken! Hab ich vielleicht! Ich seh's nicht! Ja, hab ich ja auch! Haha, du fucking shit! Das war die ganze Zeit im Film und ich, du, noch! Oh ja, Vera hat nen Schattenhoof! Ein hat, äh, immer noch nus 45, der... Vera, der ist schon tot! Vera schießt auf einen Toten! Und es ist zusätzlich noch ein CT! Der liegt... Der liegt halt auf der Seite... Und ist... Ein Mate! Vera schießt auf ihn! Was?! Ich seh nichts, ich seh nichts! Ich hab Angst! Kann ich aussteigen? Ich bin ausgestiegen! Ich kann nicht... Cannot leave Vehicle, Fibu! Du musst mich nochmal flippen! Ich kann nicht aussteigen! Oh mein Gott! Ich kann nicht aussteigen! Ey, helf! Mann, der Wichser verpisst dich, Alter! Flipp mich mal! Ich kann nicht aussteigen hier aus der Kacke! Der fährt mit... Der fährt mit Urherz hinterher! Ich kann nicht aussteigen! Ich kann nicht aussteigen! Was ist das für ein Holzgame? Ich kann nicht aussteigen! Hey, fahr mal bitte gegen das Boot hier los! Ich kann nicht aussteigen! Oh nein! Oh nein! Wo ist der Shit? Kollege, du musst ein paar Hörlucks kaufen! Later, Bitch! Pfff! Ach du Kacke! Was? Jo! Ja, ich hab ein bisschen Damage bekommen, Kacke! Oh shit! Ich hoffe, ich komm da unter! Hast du ein... Nein! Ach, Drecksgame! Ich mein, super Spiel! Hoffentlich klappt's mit der Full-Partnerschaft! Nein! 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 Der Mann! Der Mann! Der Mann gemacht! Ey, ich krieg durch Tor! Der macht so frisch! Der macht so frisch! Der macht so frisch! Der macht so frisch! Was soll das so aus? Was soll das denn, Alter? Drei Schüsse, drei Dinge! Alter, was soll das? Ich war ja kaum um die Ecke! Ich auch! Oh! 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 Kein Problem, ey! Eins! Eins! Äh! Was?! Oh! 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 Einen hab ich mit der Granate geholt! Ey, call me, wo? Call me, wo? Bei Shucks an der Leiche oder wo? Ja...enscheinend! Ich hab einen überfahren! Niii pole! Ich hab noch einen überfahren! Japp! Ich lebe noch! Kittet mich mal bitte! Ich lebe noch, ich steh doch noch vor dem Auto! Ich wollte einen Crosswalker holen! Uplay, hol mich! Ich steh doch hier vor dem Auto! Ich kann einen Schax beim Crosswalk! Uplay hinterm Auto, Seth! Uplay, kittet mich doch mal in den Unter! Ich kann dich nicht kitten! Nein. Nein. Nein, 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 nein! Du hast zu viel PUBG gespielt, du hast zu viel Hitze gespielt, mein Freund! Mit Low HP! Schöne Motera! Ich glaube, hier wird sich gleich jemand flippen! Und tot gehen! Und sterben! Oh-oh, Vera! Oh-oh, Vera! Oh-oh, Vera! Oh-oh, Vera! Vera, hörst du mich? Hallo? Hoho! Ich fahr live drauf, Alter! Ich fahr live drauf! Bitte klippen, bitte klippen, bitte klippen, bitte klippen, bitte klippen, bitte klippen! Ich fahr live drauf, Alter! Ich fahr live drauf! Und ich call's noch rein wie ne Legende! Speedway! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist vor mich, glaube ich kitte! Ich kitte, ich kitte, meine Freunde! Ich kitte, meine Freunde! Ja! Ah! Das war so knapp, Alter! Das war so knapp! Und der lag mit dem Headshot! Hier, ich! Hallo, hallo, hallo! Wo kommst du denn her? Du hast dich an wie ein Ösi-Wix hast, hallo? Ich bin ein Schweizer! Ach du Kacke! Das ist aber sehr unfreundlich! Grüezi! Ah! So, aber bist du hier im Haus inne? Wollt der nicht mal Usse gehen? Weber, wollt der nicht mal Usse gehen? Bleibt lieber bei Hochdeutsch! Der ist kein Schweizer! Der hat nicht verstanden, was ich gesagt habe! Ja klar! Hallo, hallo! Du bist in Pause! Ja, wie geht's dir? Wolltest du mal Usse gehen? Kleiner Schritt! Ich geh schon aus, wenn du willst! Wolltest du mal Usse gehen oder wollte er hier innebleiben? Ja, also da drin bleiben! Da drin bleibe! In der Zone, oder? Ja! Wir sind in der Zone! Ja, ja! Ja, aber die Zone kommt doch gleich kümme! Ja, ja! Sind drin! Drei Sekunden! Alles gut! Ja, wir haben es aber gleich schon um 9! Da müsst ihr mal ein bisschen spüren, oder? Nein! Eigentlich gehört alles klar! Guckt doch mal auf die Uhr! Es ist schon um 9! Es ist schon um 9! Es ist schon immer down am Anfang, oder? Ja! Oh! Scheiße! Ich habe irgendwie verstanden, was er gesagt hat! Scheiße! Ich verstehe nur immer nichts! Ich bin gleich hinter dem! Hier! Ich bin hinter dem! Ist der Monopol gleich! Okay! Der hört mich! Der weiß nicht, dass ich hier bin! Fuck! Jetzt hat es Kraft! Trilux, du redest ingame! Fuck! Oh! Du Ficker Trilux, ey! Du kriegst gleich von hinten, wa? Ich habe keine Waffe, ey! Was bist du? Ich lass... Du bist so ein Lavakopf, Lennart, ey! Scheiße! Ich habe keine Waffe, lass mich mal bitte! What the fuck! Der hat es richtig bestellt, ey! Hä? Wo geht ihr denn jetzt? Ich bin CD-Base-Rennen, war meinungen? Noch eine Window! Geh doch hin zu und wohin, Alter! Einer ist Kitchen gerade gel... Oh! Oh! Auto! Und einer war Kitchen! Wir tonen da so... Das ist so ein Baby-Schlitz! Oh, lang! Oh, das ist einer Base, Bernie! Macht nichts, bitte! Klipchen! Einer lang! Down! Und einer war Mitte-Close irgendwo! Hinter die Door! Hinter der Door-Mitte! Ah! Gut! Einer B! Lange Nail! Mario, setz mal Snife an auf B, bitte! Ohne Scheiß! Ich will Scut-Knife da! Ja, ja, Mario ist auf! Komm! Zieh es mal durch, bitte! Sonst könnte das mit links-Snipern! Es kommt Me-Lit-Ordner, ey! Me-Lit? Ich hab zu ihm Son in Vegas aufgemacht und cutte jetzt schon rein in dieser Sekunde! Oh, F***! Schön Freddy! Bin ich schon drauf? B2 drauf, B2 drauf mit Bombe! Keiner Tür! MAAAANN! Ich hab's so wahnsinnig reinschreien können, das wird so irre alles Du kannst doch jetzt grad auch reinschreien, oder? Ja, aber unter und so nicht, da nehme ich halt auch noch ein bisschen Rücksicht sonst Ja, mach doch mal einfach einmal Du bist ja eh nicht mehr lange da, bist du auch Ja, ist aber wirklich geil Dann macht der, der Mann, das ist keine Ahnung, der ist 70 oder so Lass dir doch mal einmal einen da lassen, dann pushe ich auch noch mal VOLKER! Habt du schlafen! MORGETS! Ja, ich hab immer noch keine Muni, also können wir bitte einmal zum Checkred fahren? Was redest du denn die ganze Zeit mit irgendwelchen Checkpoints, da gibt's keine Checkpoints Da, diesen scheiß gelben Ja, da müssen wir hitten, da müssen wir hitten wie Jesus Ja, ja Oh! Oh! Ja, das war wirklich, da konnte ich wirklich nichts machen gerade, der rutscht noch immer Warte, was ist so geil, Alter, einfach nur Pool ist noch nichts, du hast doch einfach da Hier ein altes Schulfoto von, von, äh, von Freddy Einfach clean und Google eingegeben Ich hab halt einfach nur das gesucht Und es kommt einfach nur Freddy Wo ist das denn der Mixer? Ja! Ja! ibtно Ich hab immer noch nicht